Hallo. Moin. Was machen wir heute? Höhle. Wo Höhle? Höhle mit Siblein. Oh, hier. Hier Höhle. Gar nicht gewusst, dass hier Höhle ist. So. Vorher können wir hier nochmal kurz vorbeigucken. Was, was, was? Wo ist hier noch? Okay, in der Wasserfall. Hier, hier, hier. Gucken, staunen Sie. Nehmen Sie das Ding mal. Oh, what is that? Boah, geil, ist das drin. Ja. Wow, warum macht das denn Blut aus? Das macht aber nicht so viel Sense, ne? Ne, das ist halt die Stunnen. Ach, guck mal, wer hier aufgetaucht ist. Das ist halt zum Stunnen. Ja, das ist was zum Recht so sowieso. Aber wir können uns halt nicht gegenseitig stunnen, deswegen. Hier sind Kisten und Medic drin, die ich nicht mehr aufnehmen kann. Ja, ich auch nicht. Und C4 und Zeug, was ich auch nicht aufnehmen kann. Ja, kann ich auch nicht aufnehmen. Ich bin zu voll. Ja, dann, äh. Einer, würde ich sagen. Boah, ich hab so keinen Bock da drauf, Alter. Ach, das wird super. Du musst aber jetzt ins Warme in der Höhle. Ach, du Großteil. Ja, glaub ich schon, oder? Nein. Ne, dann. So, aber jetzt haben wir ja die Taschenlampen. Da ist es schon mal ein bisschen heller. Hier ist das mal ein geiler Stuff, der hier rumliegt. Ja. Essen und so ein Kram, nicht? Ja. Ein paar Zettelchen. Kann ich hier nicht ein Feuer machen? Ich kann doch hier bestimmt ein Feuer machen. Kannst du, ja. Vielleicht sind wir dann wenigstens einmal kurz, äh, aufgehitzt, damit das dann hier nicht mehr so... Mir ist es gerade gar nicht kalt, also... Ne, ich hab aber schon noch die Anzeige, dass es kalt ist. Und ich hab auch diese Forstanzeige noch überall. Deswegen frag ich mich, wenn ich das jetzt hier anmache, geht das dann jetzt weg und bleibt das dann auch weg? Aha, okay. Ich brauch dazu jetzt kurz Essen, was ich hier gefunden hab. Oh, wir haben noch Essen. Und er isst es. Ja. Weil ich auf... Nicht auf Essen. Ich hab Beine und Arme bekommen, ganz viel. Und Fleisch, Fleisch. Mach ich direkt noch ein zweites Feuerchen auf hier, ne? Muss ich ja lohnen. Ja, klar. Handgrillstation. Fleisch und Fleisch. Ich hab gleich mal gerade mein schon gebratenes Fleisch da reingeworfen. Ja. Oh, jetzt hab ich rohes Fleisch genommen. Scheiße. Das war noch gar nicht fertig. Krillst du... Nein. Du kannst es aber auch nicht mehr abbrechen, wenn der einmal angefangen hat zu fressen, ne? Nee. Das ist dann so... Take it or leave it. So, hier noch ein paar Botanics rein, ne? Bisschen Cash dazu, ne? Brennt besser. So. Ja, klar. So. Und weil ich ja so viele von diesen komischen Fackeln habe... Just for... The color. So. Die Leichen hier liegen auf jeden Fall auch alle wieder so, dass die auf jeden Fall... den Anschein erwecken, als sollte man hier definitiv reingehen. Ja, ich glaub, die hatten ja Spaß. Ich bekomm schon wieder den Frost-Effekt. Kann das dann, dass das mit dem... Ja, das musst du irgendwann ab dem gewissen Punkt einfach ignorieren. Ist halt so. Nee, weil ich schon irgendwo wiederkommt. Wegen dem Wasser ist, hab ich hier einen Wasserstand? Oh, no, no. Oh, jetzt brenne ich. Nice. Ja, das liegt daran, weil du ins Feuer gelaufen bist. Ja, ja, das ist schon klar, aber... Ich hatte das Gefühl, unser Fleisch und unsere Knochen hier, unsere Figürchen sind alle jetzt gerade verbrannt. Schade. Äh, ja. Burnt Fleisch. Sehr gut. Erstmal Energy Drink. Ich hab vorhin eine Lampe gefunden. Wo ist denn die Lampe, Herr? Glühbirne. Achso, ja, die gibt's mittlerweile. Gibt mittlerweile Glühbirnen und so... Ja, du rennst auch nochmal durch, ne? Du bist doch nicht gerade der Hellste manchmal. Ist ja gut. Let's go hier. Action. Achso, immer Taschenlampe. Wir gehen das mit L, ne? Genau. Ansonsten... Ne, jetzt hast du das Feuerzeug, dann geh nochmal ins Inventar und such das nochmal aus. Dann müsstest du es... Taschenlampe, ey. Ah, hier, Taschenlampe, okay. Ist hell. Die ganzen Köpfe sind doch vertrauenswürdig. Von wie die so schön hier sortiert sind. Das macht auf jeden Fall, ne? Ja. Hier meint jemand gut mit uns. Ich kann keinen Seil mehr mitnehmen. Hier unten sind dann ein paar Kollegen. Vorhin ist hier wieder eine Kiste. Mit noch mehr Leuchtstämmen. Oh, warte mal. Komm. Wenn wir davon eh so viel haben. Die Hülle ist ja hier was größer, wa? Ja. Oh ja, die ist... Ja, gut, dass wir uns abgesprochen haben. Ja. Da unten rennt wieder irgendwer. Ja, hier rennen überall Leute rum. Deswegen wäfe ich für die Taktik. Auf da! Ja, mach mal. Weg mit dem Zeug. Wo bist du hin? Bist du schon reingegangen? Ja, ja. Wo bist du hin? Ich seh dich nicht. So. Der kann immer schön Rüstung mitnehmen. Junge, hier liegt so viel Stuff rum. Und ich kann davon gefühlt nichts mitnehmen, ne? Ja. Das ist... Oh, ich hab ein Kreuz gefunden. Ja, das wird später noch sehr wichtig. Hehe, ich missioniere dich jetzt, Hilfe. Das wird tatsächlich später noch sehr wichtig. Was? Junge, ich kann den ganzen geilen Stuff, der hier liegt nicht mitnehmen. Ist man jetzt hier weiter runter, oder? Weil wir müssen... Nochmal hier rüber. Wir können erstmal noch die Hürde so ein bisschen... Hier... Genau. Ach, Achtung, hier ist einer. Einer oder zwei? Ja, hier ist gerade einer direkt zu uns gelaufen. Das meine ich. Oh, das ist ein ganz lieber. So, was ist denn diese komische Gloopy-Rüstung? Hier muss... Genau. Ja, die gefällt mir, die ist wieder... Ja, die gefällt mir, die ist wieder... Fragbaren Sachen. Äußerst stylisch, diese Rüstung. Mhm. So, was gibt's jetzt hier hinten noch? Da hinten... Sitzen ein paar von den Kollegen. Du, weißt du, worauf ich grad mal Bock hab, was ich mal ausprobieren möchte? Bomben? Achso. Ich mach das mal auf den amerikanischen Weg. Du musst auch den Kopf treffen. Hat auch so funktioniert. Ja, dann brauchst du aber nicht so viel Schuss. Weil gleich hast du nichts mehr. Ja, okay, bleiben wir bei der Axt. Das ist, glaube ich, aktuell noch der effektivere Weg. Also, wenn du den Headshot gibst, dann sind die direkt tot. Ja, wie soll ich denn einen Headshot geben? Ich, der sowieso nichts trifft. Und jetzt auch noch ohne Visier. Also, das ist ja jetzt schon... Was? Kim und Korn? Was willst du denn noch? Deine Mutter! Wo ist diese komische... Können wir die jemals noch einmal... ...aufschnibbeln? Hier hinten geht's auch noch weiter, ne? Ja. Oh, hier gibt's wieder ein Papierchen. Fotoreferenz. This is what we are looking for. Aha. Die suchen also... ...'n Ding. Diesen Goldzeug an der Wand. Ja, ja, war wieder klar. Jetzt such mal wieder Goldzeug hier. Aber da hinten jetzt eigentlich hier noch irgendwas. Wo ist da hinten? Hier. Da weiß ich nicht, ob da was ist. Ich hab's doch nicht geguckt. This is a dead end. Dead end. So, warte mal. Wenn wir jetzt eh schon mal hier stehen, dann kann ich nochmal kurz mit ein bisschen Medic reinwerfen. Weil dann kann ich nämlich auch nochmal mich hochheilen. Und dann den Kram mitnehmen, der hier noch rumfliegt. Nochmal einen kleinen Energy-Riegel reinhauen, ne? So, voll die gesunde Ernährung und so, ne? Man kennt das ja. Könnt' ich nochmal eine Bombe bauen. Dann kann ich wieder eine Plantine mitnehmen. Ja, ich hab auch schon vier Bomben gebaut oder so. Dann kannst du nur drei mitnehmen. Nein, hab ich nur drei, aber auf jeden Fall hab ich Bomben dabei. Ja, ich auch. Das ist also gut. Das ist Kreuz, Alter. Ganz viele Molotows. Von scheiß Kreuz dabei. Junge, Junge, Junge. Ja, wie gesagt, das brauchen wir später noch. It wird noch wichtig. Sollte die Zombies hier missionieren, oder was? Äh, also Zombies sind dort generell keine. Ja, wie auch immer. Die Leute, die hier auf jeden Fall Aggressionsproblematik haben. Also gegen die hilft das nicht, aber gegen die. Und gegen ein paar andere Viecher, die wir noch kennenlernen werden. Mein Frost-Effekt ist endlich mal längere Zeit jetzt nicht mehr da. Dem ich ein neues Feuerchen gemacht hab. Ach, hier ist immer. Äh. Moin, Kollege. Ich hab heute irgendein Video gesehen. Da ging es darum, irgendein schleimiger Klumpenschmeiß mit Babys. Ist das der Freund? Ja, aber grad tut der uns nix. Bist du sicher? Ja. Guck mal hier, was haben wir denn hier? Ui. Ich hab grad irgendwie so ein Problem, da näher ranzukommen. Der wirkt nicht ganz so... Ja, gucken Sie mal, was hier liegt. Bomben. Jo. Junge, was ist das, Alter? What the fuck? Müssen wir den Kollegen eventuell da weg? Sehr naheliegend. Wegdruck entfernen? Geht. Schade. Neues Teamerrungenschaft. Piñata. Hahahaha. Hahahaha. Lecker Fleisch. Kann man das nicht benutzen? Schade. Da liegen ein paar Arme, die du, glaub ich, essen kannst. Ja, hier liegen ein paar Arme und Beine. Hm. Hm. Bisschen. Ding ist jetzt, jetzt hab ich nur leider ne Bombe zu viel. Bisschen Fleisch hier so, ne? Nicht, ne? Muss ich gleich direkt werfen. Jo, ja. Ist ein bisschen fleischig. Boah. Das ist wieder so ne... Boah. Da vorne werden wieder welche sein. Oh, da vorne direkt steht ein Textexperiment. Also, ja. Ja. Was ist Ihnen wehgetan? Das geht doch nicht, Marvin. Guck mal, da steht ein Kollege von ihm. Hm. Und der macht den kaputt. Oh, der hat keinen Arm mehr. Ja, ich schneide hier mal ein bisschen was drauf, so, ne? Ja. Rennen wir ins Messer. Du bist gerade angegriffen. Ich? Ja. Da ist die Tote aus. Das ist cool. Ja, da ist auch tot. Soll ich mal unsere Matten hier auf Camp-Modus umstellen? Guck mal hier auf... Boah. Was für eine Matten? Du kannst die Lichter in den Item-Mappen, kannst du auch auf so ein Rot einstellen oder so. Oder so was Bedrohliches, weil es ist so ein bisschen gruselig. Du meinst Puff-Stimmung? Ah, ja. Ja, oder so halt. Je nachdem, wie man es formuliert. Da hinten. Was ist das da hinten? Was ist das da hinten? Ich habe viel trouble, zu kommen, woanders in diesen Käfer sind, komplett in darkness. Interesting. Ja, ist halt dunkel, ne? Dafür braucht man Lampen. Ja, ja. Aber was ist das da hinten? Oh, was da hinten? Das, was da gerade Geräusche gemacht hat und da hinten so vor sich hin schlabelt. Ach so, ja. Die Dinger hatten wir schon in der anderen Höhle. Boah, Junge, Alter. Mir läuft es gerade kalt in den Nacken. Das ist nicht gut hier. Nicht gut hier. Das ist... Weil ich zeige dir mal... Was? Tut es? Ich zeige dir mal eine gute Technik. Stun Gun und Reinder. Stun Gun und Reinder, ja. Klar. Weil dann ist halt gestunnt und dann macht es halt nichts. Ansonsten kann es dich ganz gut weghauen. Hat das auch wieder so etwas Fleischiges? Lecker. Ja. Ich mache da jetzt mal einen anderen Ansatz. Ich habe doch hier so ganz viele Mollys dabei. Ja, die gehen auch gut. Wo ist denn da der Nächste? Hier stehen ja so viele Flaschen rum. Wo ist denn hier noch einer, hä? Ah, da hinten kommen noch welche. Ähm, ja, okay. Well. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Wie mache ich denn den Scheiß, der Sie da an? Hä? Oh. Ich glaube mit dem Feuerzeug. Oh. Ja, ist ja gut. Okay. Und trittet ganz gut, wa? Hm. Ja, es hat mir tatsächlich gerade meine Rüstung komplett weggefräst. Aber ansonsten hat sie mich nicht getroffen. Nimm dir mal die Rüstung. Wo sind meine Leuchtsticks? Das ist hier wieder alles so... Gucken Sie mal. Würfel. Was? Würfel? Würfel. Moment. Erstmal wird hier der Rückweg gesichert. Der Rückweg, der eigentlich der Hinweg ist. Egal. Stay out. Okay. Hm. Aha. Das sieht mir hier so nach so einer klassischen katholischen Kirche aus. So, ne? Ja. So, wie war das? Blocken muss ich auch noch machen, ne? Hat vergesse ich ja immer. Blocken, ja, ja. Das ist... Manchmal ist es auch ganz gut, erst zu blocken und dann anzugreifen, wenn der Tech von dem Mob gerade durch ist. Naja, warte, ich möchte mal kurz hier einen Energy Drink reinhauen, ne? Ach, da vorne sind Twins. Das ist jetzt suboptimal. Ähm, ja. Da würde ich empfehlen, ähm, Granate. Mach mal. Da war was. Jetzt ist es weg. Weil die Dinger sind echt stark. Also, die sehen... Die halten ordentlich aus. Interessant aus. Auch haufenweise damaged. Also, eher praktisch veranlagt, okay. Gut, gut, gut. Genau, genau. Deswegen Granaten sind immer ran. Oder sind wir da Babys, Alter? Mach mal die Granate an. Ach. Das hört sich jetzt wieder sehr falsch an, aber... Da kannst du das jetzt nicht einfach raufhauen. Aber ich will das mit der Granate machen. Das sieht bestimmt lustiger aus. Hui. Oh nein, ich hab's zu mir hingesprengt. Alter. Boa, Junge, Alter. Ich seh schon, es wird wieder so ein Video, was mir YouTube wegsperrt, hä? How to verprügeln Babys. Ja, das sollen die Leute sehen. Oh ja. Oh, hier kann man wieder looten. Leuchtstäbchen. Oh ja, brauchen wir unbedingt. Und Geld, ganz wichtig. Da hab ich ja irgendwas Geräusche gemacht. Ja, ja, ich hab ein Laptop zuhauen. Das hört sich an wie so ein schreiendes Monster. Ja. Was ist mit dem Typen das Geld klauen hier? Nice, Alter. Wie geht's dir? Richtig. Wie geht's dir? Du siehst ein bisschen... Haben wir die Masken an, wir nicht? Wir brauchen das nicht. Wir sind krass. Ah, wir sind krass. Ach so. Ja. Cool. Ja, wie geht's jetzt noch weiter? Hier irgendwo, oder? Hier ist das goldene Zeug. Ja, das können wir leider nicht mitnehmen. Gucke mal, Kind. Und rein mit der Axt. So. Boah, Alter. Ich seh schon, ich muss die Folge nachher in zwei Teile zerteilen. Hö, hö, hö. Ja. Cliffhanger. Wir sind gerade bei 15 irgendwas. Ja, die Hülle wird auch noch ein bisschen ratieren, glaub ich. Ach Gott. Eieiei. Ah. Hinkt doch bestimmt irgendwo was rum. Oh, hier sind Kisten. Seilen, die ich nicht mitnehmen kann, weil ich voll... Ja, ne? Bestimmt auch wieder. Kann ich ein bisschen Knochenrüstung machen? Nein. Ich hab'n Knochen zu wenig. Schade. Ich könnte mir bestimmt, aber... Eigentlich will ich mich jetzt hier nicht hinhocken, ne? Ne. Irgendwie so gar nicht. Junge, flieh der im Haus, Alter. Vorne ist wieder jemand. Mehrere. Ja. Was ist denn erst mal zu uns kommen? Ja. Getasert. Er hätt' gesagt, dass du auch noch zukommen darfst. Ja, Achtung, da kommt noch einer. Junge. Schön, schön hinten den Nacken so rein. Ratsch. Immer schön von hinten drauf. That's what he said. Schneid' wir eben grad zusammen. Hast du auch eins bekommen jetzt? Ja. Ja, lol. Wir haben ihn verbreitet zu sein. Es hat geplündert, auch nicht schlecht. Müssen wir das nicht immer machen. Easy. Jetzt hab' ich tatsächlich ne volle Rüstung. Ja, ja. Du siehst... Wunderbar aus. Dein Gesicht, oh mein Gott, bleib verstehen, bleib verstehen. Dein Gesicht, Alter, oh mein Gott. Oh, dein Lamm. Alter, wie du einfach aussiehst. Sie hätten es nicht besser machen können, wirklich. Nee, ey, wie geil. Wobei, hier ist ja eigentlich jetzt grad relativ still. Wir könnten ein Zeltaufbauern kurz speichern, dann können wir die Folge nochmal wenden, ne? Mit dieser... Situation hier. Ja, dann lass uns doch die Folge hier kurz abschließen, dann machen wir die nächste Folge hier einfach weiter an der Stelle. Ja. Oh, das Zelt hängt halt beim Boden, aber das macht nix. Ja, ja, das ist ein Tauchzelt. Das ist ein Designzelt. So, dann einmal speuchern. So, und dann die Leute, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja. Ich hoffe, wir kriegen da nicht zu sehr aufs Maul und, äh... Das möchte ich sehr. Weiß gar nicht, was du hast. Es sieht einfach von Kopf... Da hängt eine Hand an deinem Brunst. Oder was ist das? Ja, das, äh... Ja, ja, was auch immer das ist. Es sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Und, äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.